Wie könnte die Prävention verbessert werden? Der betroffen ist, aber ist nicht weiß. Also die Dunkelziffer ist 100%. Wenn noch keine Corona-Herzerkrankung vorliegt, dann gilt es natürlich, die Menschen zu identifizieren, die ein hohes Risiko haben. Dazu gehören natürlich die Menschen, die eine positive Familienanalyse haben, also wo ein Typ 2 Diabetes bei Vater, Mutter oder Verwandten erst in Grades aufgetreten ist. Natürlich sind es die Menschen im Alter über 40, die übergewichtig sind und oder einen anderen weiteren Risikofaktor haben, wie ein hoher Blutdruck oder Dyslipidemie. Ich sage mal bewusst Dyslipidemie. Es geht nicht um das in diesem Fall um das LDL-Cholestrin, sondern erhöhte Triglycerin-Spiegel und niedriges HDL-Cholestrin sind ein früher auch Indikator für eine Insulinresistenz. Und dass der Patient bereits ein Typ 2 Diabetes Manifest hat oder eben eine Vorstufe. Diese Menschen gehören dann allerdings auch regelmäßig, in aller Regel mindestens einmal im Jahr kontrolliert. Ab wann sollte therapiert werden und welche Optionen gibt es überhaupt in der Therapie? Grundsätzlich ist die Therapie einer Erkrankung natürlich erst, wenn die Erkrankung aufgetreten ist, so wie wir sie klassisch definieren. Und das ist nun mal, wenn der Blutzucker größer, gleich 126 Milligramm pro Deziliter nüchtern ist und oder, falls man einen Belastungstest durchführt, der 2-Stunden-Wert größer, gleich 200 Milligramm pro Deziliter ist oder das Hb1c größer, gleich 6,5 Prozent ist. Das haben wir uns mehr oder weniger geeinigt. Wenn diese Kriterien vorliegen, dann muss behandelt werden. Die Basis jeder Behandlung sind natürlich therapeutische Lebensstilmaßnahmen. Dazu gehört aber beim Typ 2 Diabetes vordringlich zwei Dinge, nämlich erstens Gewichtsreduktion und Erhöhung der körperlichen Aktivität. Das muss man aber individualisiert und sehr pragmatisch machen. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, einem Patienten zu empfehlen, nehmen Sie 10 Kilogramm ab und kommen Sie in drei Monaten wieder, sondern muss begleitet werden. Und vom Stoffwechsel her wissen wir, dass allein eine Gewichtsreduktion um die 5 Kilogramm, deswegen in den meisten Empfehlungen auch 5 Prozent vom Körpergewicht, bereits einen deutlichen Effekt hat auf die Insulinempfindlichkeit, auf eine Senkung der Triglizride und damit auch Senkung des Blutzuckers. Das Gleiche gilt auch für die körperliche Aktivität. Der Patient muss nicht fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio, sondern wir wissen, dass auch eine wesentliche Reduktion der kardiovaskulären Komplikationen assoziiert ist, wenn der Patient bereits, wir sagen, mindestens drei bis fünfmal in der Woche oder täglich eine halbe Stunde forciert spazieren geht, am besten eventuell noch koppelt mit mindestens drei Mal in der Woche einem gewissen körperlichen isometrischen Training. Die Pausen sollten nicht zu lang sein, das haben wir auch festgestellt. Also man sollte nicht drei Tage was machen und dann drei Tage nichts machen. Also die Pause sollte nicht länger als 48 Stunden sein. Das sind die besten Maßnahmen als therapeutischen Lebensstil. Wenn man das so mit dem Patienten bespricht, wenn man das so dem Patienten erklärt, dann gibt es auch eigentlich kaum Ausreden, weil dieses kann man, wenn man will, und das ist die Kunst, auch in das tägliche Leben des Patienten. Denn nur dann hält er es durch, muss eingebaut werden. Und der erste Punkt, wenn man es einbauen will, ist, dass der Patient daran denkt. Wie steht es um Medikamente? Wie hat sich da die Wirksamkeit verbessert, gerade in der Insulin-Therapie, die ja nicht immer so angenehm ist für den Patienten? Deswegen hat sich in den letzten Jahren die Therapie des Typ-2-Diabetes, gerade was die Tabletten angeht, durch neue therapeutische Ansätze grundsätzlich geändert, sodass sicherlich die Insulin-Therapie beim Typ-2-Diabetes, die natürlich indiziert ist, wenn der Stoffwechsel anders nicht zu führen ist, aber sich in Anführungsstrichen nach hinten rauszögert. Wir wollen früh, effektiv und sicher therapieren. Das heißt, nicht nur den Hb1c reduzieren. Wir wollen keine Hypoglykämien, keine Unterzogungen, die potenziell gefährlich sind, die potenziell zu erhöhten Krankenhauseinweisungen führen oder teilweise durchaus auch mit Sterblichkeit assoziiert ist. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass der Patient als Belohnung der Therapie plötzlich wieder Gewicht zunimmt. Deswegen ist im Moment die gängige Empfehlung, natürlich Goldstandard mit Metformin zu beginnen und dann zu kombinieren, entweder mit einem DPP-4-Hemmer und oder einem SGLT-2-Hemmer. Wenn das nicht reicht oder der Patient insbesondere übergewichtig ist, dann kommen wir zu den Therapien, die man auch injuzieren kann. Da an erster Stelle natürlich die sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonissen, die man eben täglich oder einmal in der Woche applizieren kann. Und selbstverständlich, wenn das nicht reicht, die Kombination mit Insulin. Die Insulin-Therapie beim Typ 2, die aber das in aller Regel beginnt ja, indem wir im Prinzip eine basale Therapie durchführen, das Ergänzen durch ein basal oder langwirkendes Insulin. Und da hat es eben auch viele Neuerungen gegeben, die sehr hilfreich sind, weil dann wollen wir eine Therapie haben mit einem Insulin, was natürlich auch möglichst Hypoglykämie sicher ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hypoglykämie unter der Insulin-Therapie auftritt, wollen wir so klein wie möglich zu haben. Deswegen gibt es ja auch Entwicklungen und neue Präparate auf dem Markt, die ganz besonders lange wirken, ein sehr ausgeglichenes Gewirkprofil haben. Und das hat sich gezeigt, auch gerade in der Nacht reduzierte Hypoglykämien haben. Insofern auch da in der Tat haben sich neue Entwicklungen in der letzten Zeit ergeben. Okay, wunderbar. Dann sagen wir mal vielen Dank und einen schönen Kongress. Vielen Dank. Vielen Dank.